Shukra Chaya ist der Name des Lehrers der Dämonen, der Asuras. Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Sanskrit Wörterbuch. Mein Name ist Sukhadev Bretz, Gründer von yogavidya www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich sprechen über Shukra Chaya. Shukra Chaya heißt wörtlich strahlender, leuchtender Acharya. Und Acharya ist ein Lehrer. Ein Acharya ist mehr als nur ein, der ein bisschen was weiß. Eigentlich ein Acharya ist jemand, der besonders tief etwas weiß, der auch andere ausbilden kann. Also Shukra Chaya, er war ein Schüler zusammen mit Prehaspati, er ging zum gleichen Guru und die Lehrer. Aber der Lehrer mochte irgendwo Prehaspati besser und darüber hat sich dann der Shukra Chaya geärgert. Shukra Chaya ist dann zu anderen großen Meistern weitergegangen und hat sich dann entwickelt zu einem großartigen Lehrer. Der Prehaspati ist später der Guru der Devas geworden, der Engelswesen. Und der Shukra Chaya hat dann gedacht, wenn der Prehaspati Guru wird, dann will ich das auch werden. Also ging er zu den Asuras, die auch als Dhanavas bezeichnet werden, und bot sich an, deren Guru zu sein. Und die Asuras war natürlich sehr froh, auch einen Guru zu haben, der sich mit den Veden auskannte, der Mantras kannte, der Jagñas kannte, Rituale kannte und auch Siddhis übernatürliche Kräfte hatte und so den Asuras zur Seite stand. Das Interessante ist, Shukra Chaya war selbst jemand, der meditierte, der spirituelle Praktiken machte, der tiefe Meditationserfahrungen machte und auch tugendhaft war. Und er war auch jemand, der den Asuras immer wieder gute Ratschläge gegeben hat. Er hat ihnen auch immer wieder empfohlen, Gutes zu tun. Also die Asuras waren in der indischen Mythologie nicht nur die Bösen. Sie hatten einen guten Lehrer. Allerdings, die Asuras wurden dann immer wieder von Machthunger durchströmt und immer wieder von ihrer Gier getrieben. Und dann haben sie übles bewirkt bei den Devas auf der Welt und so weiter. Da mussten die Devas wieder gegen die Asuras kämpfen. Da musste Gott sich wieder inkarnieren, um die Asuras in Schach zu halten. Dann hat Shukra Chaya den Asuras Tipps gegeben, wie sie gegen die Devas kämpfen konnten. Hat die Asuras sogar beraten, wie sie vorsichtig umgehen mit Manifestationen von Vishnus, mit den Avataren. Und hat ihnen oft dann auch geraten, er nachzugeben. Und so ist Shukra Chaya eine interessante Person, eine interessante Gestalt in der indischen Mythologie. Also Shukra Chaya, wörtlich der strahlende, der leuchtende Guru. Shukra heißt auch Venus. Und es gibt noch mehr zu sagen über Shukra Chaya. Er steht auch in einem bestimmten Zusammenhang mit Shukra im Sinne von Venus. Das wäre aber ein längeres Thema und das ist ja jetzt nur ein Sanskrit-Wörterbuch, wo die wichtigsten Sanskrit-Wörter erläutert werden. Wenn du mehr wissen willst über Shukra Chaya, dann geh einfach auf unsere Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort kannst du auch eingeben Shukra, S-H-U-K-R-A und dann findest du viel über Shukra als Venus und auch links für Shukra Chaya, wo du noch mehr über diesen großen Acharya finden kannst. 88 www.yoga-vidya.de